Ich sage immer, wenn ich mal so alt bin, dann bin ich auch froh, wenn jemand kommt. Bevor ich alleine zu Hause rumsitze, hier brauchen sie meine Hilfe. Und da würde ich mir wünschen, dass es noch mehr werden. Man lernt sehr, sehr viel dazu. Mit kranken Menschen umgehen. Deshalb bin ich der Meinung, dass junge Leute, dass man für die mehr Verständnis haben sollte, wenn sie ein bisschen Angst haben davor und sie ein bisschen an der Hand nehmen und sagen, wir schaffen das. Dass ich jeden Tag aufstehen kann und dass ich rausgehen kann, dass ich helfen kann, das macht das Leben eigentlich sehr lebenswert. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020